Philippikos war ein aus Armenien stammender und mit dem oströmischen Kaiser Maurikius verschwägerter General im 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. Leben, die Dienstzeit unter Maurikius. Maurikius ernannte nach seinem Amtsantritt Philippikos den Ehemann seiner Schwester Gordia, 582 zum Comis Ex Cubiterum, eine der angesehensten Stellungen am Kaiserhof. 584 wurde Philippikos zum Magister Militum ernannt und wurde der Nachfolger des Johannes Mistakon als Kommandeur der Truppen im Osten, wo oström seit 572 im Krieg mit dem neupersischen Sassanidenreich lag. 585 drang Philippikos mit seinen Truppen in die persische Asanene ein und machte dabei große Beute. 586 begab er sich zu Verhandlungen mit den Persern nach Amida, doch forderte der persische Großkönig Hormis IV., dass die Römer Reparationen zahlen sollten, worauf Maurikius nicht einging. Noch im selben Jahr siegte Philippikos über die Perser bei Solacho, südlich von Mardin. Unter Philippikos diente damals auch ein hoher Offizier armenischer Abstammung namens Herakleios, der Vater des späteren gleichnamigen Kaisers. Herakleios der Ältere führte auf Philippikos Befehl 586 und 587 Angriffe auf persisches Gebiet an. Im Frühjahr 587 erkrankte Philippikos und übergab Herakleios dem Älteren dem Befehl über zwei Drittel der Orient-Armee. Der Rest unterstellte er den Generalen Theodoros und Andreas, die mit Angriffen die Perser beunruhigen sollten. Kurz darauf begab sich Philippikos nach Konstantinopel, auf dem Weg dorthin erfuhr er, dass an seiner Stelle Priskos zum neuen Herrmeister ernannt worden war. Allerdings rebellierten die Truppen zu Ostern 588, da Maurikios die Sollzahlungen gekürzt hatte und erkannten Priskos nicht an. So dass Philippikos erneut das Oberkommando übernahm, die Rebellion wurde bis Anfang 589 endgültig beendet. Dann jedoch misslang die Eroberung der Stadt Matyropolis, woraufhin Philippikos von Comencellos abgelöst wurde. Der Krieg war festgefahren, als sich plötzlich eine unerwartete Gelegenheit ergab. Im Persien war Hormes IV. 590 entthront worden, doch gegen seinen Sohn und Nachfolger Chausrau II. hatte sich der General Baram Chobin erhoben. Chausrau musste die persische Hauptstadt Karte-Seifon fluchttatig verlassen und suchte nun bei Kaiser Maurikios Unterstützung. Dieser ergriff die Chance und sandte 590 Philippikos mit einer Zusage zu Chausrau. Die römischen Truppen unter Nazis siegten schließlich und Chausrau bestieg wieder den Thron. Persien tratte mehrere Territorien an Ostrom ab. Und für den Rest der Regierungszeit des Maurikios waren die Beziehungen zwischen den beiden spätantiken Großmächten so gut wie selten zuvor. Philippikos taucht in den Quellen erst während der Balkanfeldzüge des Maurikios wieder auf. Als er 598 von Comenchelos den Oberbefehl über die Truppen auf dem Balkan übernahm und bei dieser Gelegenheit die Bulgaren schlug. Einige Zeit darauf wurde Philippikos zum Patrikios ernannt. Doch Ende 602 wurde Maurikios und seine gesamte männliche Verwandtschaft infolge einer Meuterei der Donautruppen ermordet. Seine Nachfolge trat der rangniedrige Offizier Fokas an, der den Quellen zufolge eine brutale Schreckensherrschaft errichtete. Chausrau II nutzte dies und spielte sich als Rächer des Maurikios auf. Ab 603 fielen persische Truppen in das Reich an, die in den nächsten Jahren sagenhafte Erfolge verbuchen konnten. Exil im Kloster unter Fokas' Beteiligung an Fokas' Sturz. Philippikos entzog sich Fokas, indem er geistlicher wurde und in ein von ihm Ebautes-Kloster bei Chrysopolis eintrat. 610 wurde Fokas von Herakleios, dem Sohn des bereits erwähnten Generals Herakleios dem Älteren, gestürzt, der Philippikos damit beauftragte, mit Fokas' Bruder Kommenschelos zu verhandeln. Philippikos wurde festgenommen und mit dem Tode bedroht, doch da wurde Kommenschelos ermordet. Herakleios übernahm nun die uneingeschränkte Herrschaft über das Reich. Dieses wurde jedoch weiterhin von den Perser bedroht, die 613 Damaskus und 614 Jerusalem eroberten. Besonders die Eroberung Jerusalems hatte eine deutliche Schockwirkung auf die Christen, da auch das angebliche Heilige Kreuz geraubt wurde. Die letzten Jahre seit 612 fungierte Philippikos wieder als Magister Militum per Orientum. Kaiser Herakleios schien er die beste Wahl für diesen Posten zu sein, wohl auch. Weil Philippikos über gute Kontakte und erhebliche Erfahrung verfügte. 613 gelang es Philippikos, persische Truppen aus Syrien wegzulocken, indem er mit einem Herr in Armenien einfiel. Doch misslang die von Kaiser Herakleios geführte Gegenoffensive. Nach dem Fall Jerusalems ging Philippikos ein letztes Mal in die Offensive. Er drang tief auf persisches Gebiet vor, was dem persischen General Schei hinzwang, Jagd auf die römischen Truppen zu machen. Kurz darauf verstarb Philippikos jedoch, sein Leichnam wurde in einer Kirche in Chrysopolis beigesetzt. Ostrom geriet in den Folgejahren an den Rand des Abgrunds, bis 619 standen die Peser auch in Ägypten. In den Quellen werden seine militärischen Fähigkeit lobend erwähnt, er scheint auch umfassende militärgeschichtliche Kenntnisse besessen zu haben. Es wurde sogar erwogen, dass Philippikos der Verfasser des sogenannten Strategikon des Maurikios gewesen sein könnte. Möglich ist, dass er mit seinen erfolgreichen Ablenkungsangriffen in den Rücken der Peser 613 und 614 Herakleios dazu inspirierte, Ab 622 durch Operationen im Rücken der Peser die Entscheidung zu suchen. Der Kaiser siegte Anfang Dezember 627 in der Schlacht von Ningive über die Peser, sodass es schließlich zu Friedensverhandlungen kam. Die bald darauf einsetzende islamische Expansion besiegelte allerdings das Ende der Antike im Osten. Aus den Trümmern des spätrömischen Staates entstand das mittelalterliche Bützans.